Konfuzius sprach, mit 15 wandte ich mich dem Lernen zu, mit 30 hatte ich festen Grund, mit 40 hatte ich keine Zweifel, mit 50 kannte ich den Willen des Himmels, mit 60 war ich bereit, auf ihn zu hören, mit 70 konnte ich den Wünschen meines Herzens folgen, ohne gegen das Rechte zu verstoßen.